Und, wie sind Sie? Einfach ein normaler, ähm, äh, netter Mann. Hey, Thomas, willkommen! Ist dein Schnäpps rein? Äh, nee, danke, ich, ich trink grad nicht. Achtung, lächeln! Aber heute Abend ist sonst noch Park im Dorf. Ein Kunft von mir, der Geburtstag. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja auch kommen. Bitte, Papa. Mach schon auf, dass die keinen Unsinn macht. Sarah, hey, was ist denn? Wir dürfen jetzt niemandem sagen, bitte. Sie hat mir Dinge anvertraut, die sehr privat sind. Und sie möchte nicht, dass das jemand erfährt. Und ich hab's ihr versprochen. Jetzt sag's einfach! Verdammt, sag was los ist! Das ist nicht das Leben, was wir führen wollten, Thomas. Was wäre so schlimm an einer Trennung? Aber ich lieb dich doch. Du bist hier drauf und dran, alles kaputt zu machen! Wo ist meine Tochter? Jetzt hält mich an den ich ganz dicht, oder was? Ich will mich entschuldigen. Entschuldigung, angenommen. Ich geh nach Hause. Ich bin jetzt. Ich hole den trocken, was ich jetzt tun würde. Ich will. Seier! Vielleicht sollten sie mal Fondue machen. Meist du? Ich fass's nicht. Was machst du, wenn es Probleme gibt? Was machst du, Fondue? Bis zum nächsten Mal.